hallo meine lieben leute willkommen wieder zurück bei wahlheim mit dem lieben hallo und wir wollten dieses mal noch diese kohleofen bauen wir waren nämlich erfolgreich im letzten dungeon und ja haben gerade uns ausgeruht kurz geschlafen und ein paar sachen ablegen die schatzkiste irgendwo kommen unsere schatzkiste oben sind die wertvollen sachen oben links ist münzen eine schatztruhe glaube ich wäre gut bernstein haben auch schon einiges die blümchen packe ich mal hier rüber ne wir hatten doch hier irgendwo ich weiß nicht welche truhe das war hatten wir diese ganzen perlen und so habe ich reingetan und die rubine und so da habe ich auch gerade die dinger rein die viereckigen würfel ja ich hatte eben eine truhe da hatte ich auch die rubine und alles reingepackt aber die sind weg das nicht für die rubine hier ah in die vierte ok perfekto biene ok so was brauche ich denn noch dafür brauche ich dafür holz haben wir irgendwo kernholz ja hier kernholz ja kennst du schon den hier look nice ok ich hab cool aus gut dann packe ich mal ein altes schild weg brauchst du noch ein schild ich packe das in die vorletzte kiste so was brauche ich denn um das hang jetzt zu bauen was hast du jetzt für einen umhang gebraucht ein bisschen knorren glaube ich ein bisschen ach noch mal gucken an der bench haben wir noch so ich brauche 20 steine also das heißt nur aber weißt du was hübsch wäre wenn wir wirklich so ein kleines so eine schmelzhütte bauen ich meine du kannst ja man kann ja auf stein lassen aber dass wir so ein paar balken einfach nur hoch bauen mit so einem schrägdach und da drunter einfach die sachen bauen ich mach mal hier so eine schöne fläche dass wir das hier schön hin bauen können so in der nähe ja hier so wo ich stehe ja zeig mal warte mal hier so alles schön flach rundum ja hier oder was ja so auf der wirststelle und schön flach machen dann hole ich schon mal einen hammer raus ein bisschen holz brauche ich noch habe ich schon dabei ok du kannst aber mal diesen stein da weg machen hier ok ach ja oh tut das gut frühmorgens steine kloppen so wir brauchen eine workbench hier die kannst du mal ungefähr hier hinsetzen oder so wenn du magst wo ich stehe da ja hier irgendwo so ja hm wie schaut ihm das gut aus so vielleicht hm ok wo macht man oben zum haus hin oder da ja warte dann so rüber jetzt nur als probe so dass wir so offen holen und hier hinten gestanden ist innenleben äh ja ich bin überladen ein Augenblick immer noch wow was habe ich denn hier Copper das kannst du machen das wäre super das wäre super ich schlemmere mal das Copper nach Hause hast du die Schmiede abgebaut? ja ja ach ach ich packe mal das Koffer ins Lagerhaus äh wo habe ich denn das jetzt hin da da ok 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 wenn es fertig ist dann erkennst du es echt ja es ist so ok es ist brachtvoll ok Es ist ein Kunstwerk Dachte ich mir Warte Oh nein Okay ich muss das von der anderen Seite dran bauen Okay Kein Problem von Ach Okay ich glaube ich verstehe was du meinst Ein Schrägdach einfach oder? Ja Im Prinzip schon ja Äh Perfekt Dann mach ich das hier dran Nein Ja das sieht schon nach was aus Gar nicht schlecht Ne 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 Das macht keinen Sinn Moment Okay dann packe ich die mal weg Dann müssen wir aber noch ein bisschen nach vorne oder? Ein bisschen nach vorne dann ja Genau Und ich würde den Hinterteil dann hier wahrscheinlich offen lassen Weil? Damit der Rauch abziehen kann oder raucht das Ding nicht? Doch doch aber ist ja offen oder? Wir machen es ja offen Das Gebäude Wie? Also auf A Seite offen und hinten zu oder? Ja Achso das kann er nach oben einfach abziehen oder was? Ja Du musst halt Ja Okay Weißt du was das Problem an der Schräge ist? Ich finde die Rundung geil wie du das da gemacht hast Ja Nur ist ich nicht die höchste Spitze wo wir dann hinkommen mit der Schräge Äh ich weiß noch nicht was du meinst Wenn du das hier nochmal schräg drauf baust Oder findest du das okay? Ne aber ich wollte auch gar nicht schräg bauen Ich wollte auch gar keinen Schräg da drauf bauen Hier jetzt gerade hoch So Ah okay ich verstehe Verstehe Ist da ein anderer Ich hab nicht mehr genug Holz Wart hier Ich Drop dir hier und dann hol ich gleich noch was Hier Äh Okay ich hab auch nicht mehr so viel Okay Wir haben Wir haben nur noch Kernholz Kann man das nicht auch verwenden? Ich glaub das Sieht anders aus Ne ich hab ja auch hier die Balken mit Kernholz gebaut Okay Sieht cool aus ja Hier noch ne Schräge ja Dann geh ich mal ein bisschen hacken Und dann Und dann Ich hab ja auch hier die Balken mit dem Ich hab ja auch hier die Balken mit dem Ah, unsere kleine Festung. Sieht schon cool aus. Achtung zu dir, Kim zum Gnom. Seh ich gerade. Okay. Schöne Leifer. Ich schmeiße es gleich vor die Füße. Das Holz. Hier. Dann gehe ich gleich ein bisschen weiter sammeln. Es würde ein bisschen dauern, ne? Hörst du mich noch? Ist okay? Ja, ich war gerade beim Bauen vertieft. Ja, wird ein bisschen dauern. Ich bin... Raumfeld. Echt schwer mit diesen Snap-Points, ne? Das ist echt... ...nicht so intuitiv gemacht. Wir stellen uns einfach nur dumm an. Eins von den beiden Sachen. Geht schon. Wie willst du die Schräge hier so zusammenbringen? Die Loll. Sieht ja spannend aus. Na... Ah, okay. Ich verstehe. Ja. Doch. Also ich verstehe es noch nicht, aber... ...vielleich klappt es. Doch, das klappt schon. Okay. Kann ich das kurz... Wenn ich das wegpacke... ...ist das schlimm, Roki? Nein. Mach ich. Mach ich das auf der anderen Seite auch noch so. Und dann andersrum. Gließe ich das hier ab. Ah, die Ecke da oben wird schwierig. Glaube ich. Machen wir. Ah, perfekt. Er sieht oben nicht so schön aus. Es müsste schräger sein. Eins schräger. Hier. Soll ich das schräger machen? Ja. Mach mal schräger. Äh... Äh... So. So wäre es perfekt. So, oder? Ja. Das sieht schon geil aus. Jetzt oben. Äh... So, halb snappen. Geh wieder runter. Okay. Und jetzt hier... Gliess ich mich an. Okay. Vielen Dank. Kein Holz mehr. Okay. Geh ich mal wieder ein bisschen Holz farmen. Die Axt im Walde. Timber. Baumfels. Ja, das sieht doch schon mal ein bisschen nach was aus, ne? Sieht cool aus, ja. Wobei, die ist ein bisschen zu deep jetzt schon eigentlich. Egal. Es wird ja eh ein offenes Konzept, oder? Dann ist ja egal. Ohne Leiter kommt man da gar nicht ran, ne? Hm. Muss ich dir mal was bauen. Schön Wald roden. Und so rein. So. Bisschen warten. Und ja, Holz. Holzregen. Bring Holz, Rocky. Hier hast du jede Menge. Ich habe schon genug, glaube ich. Schon? Äh, ja, ich bin noch nicht so zufrieden mit ganz oben dem Dach, aber... Hä, wie hast du denn das gemacht? Wie ist er überkreuzt? Regnet es hier rein. Ja, was mache ich denn da drauf? Hm. Gute Frage, ja. Ich mache zuerst mal nichts. Okay. Okay. Also so geht's. Ja, das reicht so, oder? Ja, das reicht. Oder wie wollen wir das? Ich würde vielleicht noch... Ja. Ja, nein. Ich würde so... Lass das so. Hinten rein kommen die Kischen, dass sie nicht verwittern. Ja, oder so noch ein bisschen, ja. Und da jetzt noch zu und fertig. Eine Stütze vielleicht noch. Das ist nicht ganz frei schwebend. Braucht mal ein bisschen Harz. Ausnahmsweise. Das ist doch. So. Hä? Mhm. Hm. Okay. Mach ich schnell mal. Ein paar. Okay, das war's. Ja, ich hab's. Okay. Okay, aber die Folge ist um. Es wird ultra neblig. Ja. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Schlimm. Schnell ins Bett. Schnell ins Bett? Äh, ja. Nichts mehr zu essen, ne? Wahnsinn. Komm. Oder mal hier das Holz rein. Okay. Kleiner. Oben vielleicht die Goldkugel da. Da. Achso. Da die Goldkugel. Verstehe. So. Okay. Ab ins Bettchen. Ja, Leute. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Ja. Leider. Wir sehen uns am nächsten Morgen und in der nächsten Folge. Mit der Folge. Ja. Ciao, Leute. Ciao. Ich bin groß. Ich bin groß. Wir sehen uns mit dem девach je nicht pole mit der tractor werden. De Além der Mittern曆に sich über den Augen observiert in rechtlichen Bedienern. Vielen Dank.